Hallo, ich bin der Harry von Nitro Snowboards und ich darf euch heute das Volta vorstellen. Das Volta ist ein Damen-Splitboard aus unserer Splitboard-Range. Der Hintergrund ist für all diejenigen, die in diesen Bereich des Splitboardens einsteigen wollen, das Ganze mal kennenlernen wollen und dafür nicht gleich richtig stark ins Gürtbärsel greifen wollen. Der Preis von dem Brett ist 4,99 Euro. Ansonsten, wie gesagt, von der Ausstattung her, das Brett hat keine Vorspannung. Es ist ein Flat-Outer-Brett. Dadurch ist es auch sehr einfach zu fahren, auch wenn man im Pulverschnee unterwegs ist oder auch wenn man irgendwo auf die Piste kommt. Und wie gesagt, für all diejenigen, die da ein Brett suchen, die diesen Einstieg in das Splitboard-Thema mal leicht und einfach machen. Ansonsten haben wir beim Board-Anon diese geschmiedeten Alu-Hooks-Klemmen. Die das Brett wirklich gut verspannen, damit das eine Steifigkeit in der Querrichtung bekommt. Dann auch noch die Plastik-Krugs, die das Ganze noch unterstützen. Und ansonsten gesinterte Bays, logischerweise. Und auch die Stahlkanten in der Mitte durchgezogen. Das heißt, wenn man das Brett zum Gehen verwendet, dass man wirklich einen gescheiten Halt hat und nicht irgendwohin abrutscht. Wie gesagt, zusammengefasst für diejenigen, die in dieses Thema einsteigen wollen und hier ein Brett suchen, das ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zeigt.